Bei der heutigen Folge von Märchenzauber zieht es uns in die kleine, aber wunderschöne Schweiz mit vielen verschiedenen Schweizer Märchen. Viel Spaß dabei! Die verlorenen Kühe Es war vor vielen, vielen Jahren, da hirtete ein Senn mit einem Bub auf einer großen Almentalp zwölf eigene Kühe. Die Zeit rückte zur Abfahrt. Die Tage wurden kürzer. Auf den Bergen blieb der Schnee liegen. Im Umsehen war der Tag da, wo die Älpler zu Tal mussten. Am Morgen trieben die Buben das Vieh zu den Hütten. Alles war bereit. Ein Zug nach dem anderen verließ die Alment. Der Älpler mit den zwölf Kühen war auch bereit zur Abfahrt. Aber der Bub kam und kam nicht mit dem Vieh. Endlich sah er ihn kommen, doch ohne die Ware. Er weinte und schnupfte. Er finde die Kühe nirgends. Jetzt machte sich auch der Älpler auf die Suche. Sie gingen miteinander bis zur Hinters in die Alb. Dann kehrten sie um. Suchten in den Krachen oben und in den Abgründen unten. Sie riefen und lockten. Nichts und niemand gab Bescheid. Sie blieben stehen und heuchten. Aber keine Schelle. Nicht ein Glöckchen war zu hören. Zuletzt am End mussten sie ohne Kühe heim. Tage darauf stiegen noch andere auf die Alb und suchten. Kein Bein haben sie gefunden. Der Herbst verstrich. In den Bergen fiel der Winter ein. Aber auch jetzt vernahm man nirgends etwas von den Kühen. Es schneite vollends ein. Und der Winter lag im Tal. Aber der Älpler gab's nicht auf. Immer dachte er an die verlorenen Kühe. Der Osttag kam. In den Bergen donnerten die Lawinen nieder. Von den Dächern tropften die Eiszapfen. Der Bauer setzte sich oft vors Haus an die Sonne und schaute in die Berge. Als er einst so saß, kam ein kleines Huddelmannli. Der Bauer meinte, es sei ein Bettler. Und sagte ihm, wenn er etwas begehre, so solle er zur Frau. Das Mannli folgte dem Rat und fragte die Frau, was dem Bauer fehle. Er sei so wortkarg und gebe nur Räsern Bescheid. Die Frau erzählte dem Mannli, wie das alles gekommen sei. Sie fürchte gar, er hintersinne sich noch. Da antwortete das Mannli, da sei zu helfen. Der Bauer solle mit dem Buben zur Alb fahren, wie sonst, und tun, wie wenn die Kühe da wären. Der Bauer wollte zuerst nichts davon wissen. Schließlich ließ er sich doch überreden. Im Maien fuhren sie z'Alp, er und der Bub. Sie betraten die Hütte und fachten Feuer an. Danach holten sie aus dem Garten die Albgeräte hervor. Die Mutten und Bränden, den Brecher und Rührer, wuschen alles im Brunnen und stellten die ausgetrockneten Behälter in den Trug. Zuletzt nahmen sie das Räschessi, schütteten etwas Asche hinein und reinigten es mit einem Grasbüschel. Aufs Mal war dem Älpler, er höre etwas. Los, ich höre unsere Treichlen. Aber es war bloß der Widerhall der Glocken von den weidenen Kühen aus den Flühen. Sie traten in die Hütte und bereiteten das Nachtmahl. Nun ertönten Glocken und Schellen und der Klang kam immer näher zur Hütte. Es waren tatsächlich die eigenen. Bald klopfte es an der Türe. Wie der Älpler hinaussprang, standen vor der Türe die verlorenen Kühe und neben jeder ein schönes Kalb. Zwei Fängenmannli hatten sie hergeleitet. Eins fragte den Älpler, was für Lohn er begehre. Nichts, sagte er. Im Herbst könnt ihr sie wiederhaben. Nein, nein, antworteten die Mannli. Wir haben jetzt Käse genug. All die folgenden Jahre verlor der Älpler kein Stück mehr und keins seiner Tiere verfiel oder wurde krank. Er wurde ein hablicher Mann und stag besser in den Hosen als je einer weit herum. Der Schneider von Isenfloh Bei zwei Lütschinnen teilen sich die Täler von Grindelwald und Lauterbrunnen. Hinter dem Dörflein, linker Hand von der weißen Lütschiene, sieht man eine hohe Fluh aus den Tannenspitzen herausragen. Obendrauf liegt eine große Matte. Da drauf haben sie vor Jahr und Tag das Dörfchen Isenfloh gebaut. Es ist nicht groß, aber heimelig. Schaut man von Wengen hinunter, liegt's da, grad wie auf einer Erdscholle. Es wird erzählt, dass früher in diesem Dörfchen Zwerge gehaust haben, wie es der Schneider von Isenfloh erlebte. Der hatte eine große Schar hungriger Buben und Mädchen und nur ein Mähterli, das nur für zwei Geisten reichte. Vom Morgenstern bis zum Abendstern schnitt und stichelte er unentwegt. Zum Glück fehlte es ihm nie an Arbeit, denn die Vornehmen im Tal schätzten ihn und seine Zuverlässigkeit. Einmal hatte er auf den folgenden Tag dringende Arbeit, aber wie er sich auch rührte und schickte bis tief in die Nacht hinein, sie wurde nicht fertig. Todmüde legte er sich schlafen. Als er am Morgen in sein kleines Nähstübli kam, lag das Kleid genäht, gebügelt und gebürstet, fix fertig auf dem Tisch. Er konnte nicht begreifen, wie das zu- und hergegangen war. Das kam nun manchmal vor, wenn er abends trotz Eifer und Fleiß nicht fertig geworden war, dass die Arbeit am Morgen fein säuberlich ausgefertigt da lag. Er sann und sann, wie das wohl zugehen möge und fing nun an, aufzupassen, wer ihm die Arbeit mache. Einst, als es schon dunkel geworden war, bemerkte er ungewollt, dass ein paar kleine Männchen ins Nebenstübchen kamen. Durch eine Ritze eugte er und sah, wie sie sich auf den Tisch setzten und sich an die Näharbeit machten. Stich für Stich nähten sie. Einer wärmte das Glätteisen. Dann bürsteten und bügelten sie den Anzug und legten ihn steif gefaltet auf den Tisch. Denn hui, machten sie sich auf und davon. Der Schneider hatte seine helle Freude, wie er ihnen zuschaute. Nun sann er nach, womit er den Zwergen danken könne. Seinem Schneiderblick war es nicht entgangen, dass die Kleider der Wichte gar fadenscheinig und abgetragen waren. So schneidete er, als er bei Zeit und Gelegenheit etwas Schnauf hatte, Höschen und Wämschen für sie und legte sie als Dank für ihre Mühe den Helfern auf den Nähtisch. Am Abend kamen sie wieder, sahen die Bescherung und wurden inne, das auf sie gemerkt worden war. Misstrauisch eugten sie herum und machten sich voll Zorn davon. Von da an halfen sie keinen Stupf noch Stich mehr und kehrten dem Schneiderhäuschen auf Isenfluh für immer den Buckel zu. Das Findelkind Ein Bauer hatte ein Findelkind großgezogen, als wie den eigenen Sohn. Als aber der Bub herangewachsen war, da stand ihm der Sinn nach der Fremde und eines Tages lief er ohne Abschied in die weite Welt und ließ seine treuen Pflegeeltern allein zu Haus, statt ihnen die harte Arbeit abzunehmen, wenn sie alt und älter würden. Da rief der Bauer in seinem Unmut, Ja, ja, wahrlich, das alte Wort ist ewig wahr. Man soll nie ein Findelkind erziehen, keinem Weibe etwas anvertrauen und kein Merzenwasser trinken. Das hörte die Frau und sie sagte, Ach, schweig doch still und rede nicht so dumme Sachen, das ist ja alles nicht wahr. Denn es wurmte sie, dass der Mann meinte, man könne einer Frau kein Geheimnis anvertrauen. Warte nur, erwiderte der Mann, du wirst schon noch inne werden, ob wahr ist, was ich sage, oder nicht. Nach einiger Zeit, da schaute der Mann gar traurig rein und machte ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter und keine Stunde schön. Und als die Frau wissen wollte, was ihn plage, da schüttelte er bloß den Kopf, seufzte und sprach, Nein, 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 das kann ich dir nicht sagen, es ist entsetzlich. Aber die Frau ward nur umso begieriger, den Grund seiner Traurigkeit zu erfahren und lag ihm Tag und Nacht in den Ohren. Er solle ihr doch sagen, was es sei, das ihn so bedrücke. Endlich sprach er, Nun, wenn du's durchaus wissen willst, ich, ich habe einen umgebracht und im Mist verscharrt, aber Gott gnade dir, wenn du's weiter sagst. Die Frau erschrak so, dass ihr der Besen aus der Hand fiel und sie versprach, hoch und heilig zu schweigen. Aber wie sie am Dorfbrunnen die Kübel füllte, da machte sie ein Gesicht, wie eine übergelaufene Sauerkraut stande und seufzte in einem fort. Und als die Nachbarsfrau sie fragte, was ihr denn fehle, da brach sie in Tränen aus und flüsterte, Ach, das Gott erworben, ich darf's keinem Menschen sagen. Oh, mir darfst du's schon anvertrauen, ich werde's gewiss niemandem sagen, erwiderte die andere. Da floss der Frau der Mund über und sie erzählte der anderen, welch entsetzliche Untat ihr Mann verübt habe, denn leichtlich spricht ein Weib, was es nicht sprechen sollte. Die Nachbarin machte Stilaugen, man hätte auf das eine knien und das andere absägen können. Am selben Abend noch wusste das ganze Dorf von der Sache. Der Mann wurde als Mörder gefangen gesetzt und vor Gericht gestellt und da er nicht leugnete, einen umgebracht und im Mist verscharrt zu haben, zum Tode mit dem Schwert verurteilt. Aber als er auf den Richtplatz geführt wurde, fand sich niemand, der dem allgemein geachteten und beliebten Manne das Haupt abschlagen wollte. Da setzte man eine Belohnung aus und siehe, da trat ein junger Bursche aus der Menge und trug sich als Henker an. Das aber war niemand anderes als das Findelkind. Da sprach der Verurteilte, jedem Übeltäter ist vor seinem Ende noch eine Bitte erlaubt und so werde auch ich dieses Recht haben. Gut, so verlange, was du willst, nur nicht das Leben, erwiderte der Obmann. Nun, so gehe zu meinem Misthaufen, sagte der Mann und seht nach, wen ich umgebracht und verscharrt habe. Die Hinrichtung wurde aufgeschoben. Man ging hin und fand, dass er seinen alten, kranken Geißbock getötet und vergraben hatte. Und darauf stand wahrlich keine Strafe. Man ließ den Mann frei und alle lobten seine Klugheit. Er aber sprach zu dem Volke, Seht ihr Leute, ich habe es immer gesagt und das Wort hat sich erwahrt. Man soll kein fremdes Kind aufziehen, keiner Frau etwas anvertrauen und kein Merzenwasser trinken. Und wenn ihr es nicht glauben wollt, so lasst nur ein Fass voll ein Jahr lang stehen und dann seht zu, wie viel Ungeziefer es zieht. Betrogene Schelme Einmal fuhren zwei Kaufleute, zwei rechte Schelke miteinander aus auf eine weite Reise in ferne Länder um des großen Gewinnes willen, den sie sich davon erhofften. In einer Stadt nahmen sie einmal Quartier in einer Herberge. Da wurden sie von der Wirtin nach Gebühr empfangen und traktiert, denn diese war eine gute, einfältige Frau, der das Wohl ihrer Gäste gar sehr am Herzen lag. Bei der Abreise befahlen die beiden ihr ganzes Gut und Geld in ihre Obhut mit dem Beding, dass sie beide miteinander wiederkommen und eines Mundes ihr Eigentum zurückfordern wollten. Anders dürfe sie es nicht aus der Hand geben und so fuhren sie ihres Weges weiter. Die Frau hielt derweilen das anvertraute Gut wohl verwahrt nach ihrer Pflicht, denn fremden Gutes soll man wie des eigenen pflegen. Aber nach einer Weile kam von den Zweien der eine ganz unverhofft zurück zurück und sprach »Ach, gute Frau, ich bin in tiefster Seele betrübt, groß Ungemach hat mich betroffen, wisset, mein guter Geselle, der ist tot, in großen Schulden hat er mich gelassen, für die ich jetzt allein aufkommen muss, gebt mir unser Gut zurück, dass ich den Gläubigern das ihre bezahlen kann.« Die rechtschaffene Frau meinte nichts anderes, als es wäre wahr, was der Schelm da redete, und gab ihm gleich das Gut heraus. Der lachte sich ins Fäustchen und machte sich schleunigst wieder fort. Unlang aber begab es sich, dass eines Tages auch der andere Kaufmann wiederkam und sein Gut zurückverlangte. Die Frau in ihrer Unschuld erschrak und sprach, »Gott weiß, wie dies bewandt ist. Eurem Freunde habe ich das Ganze gut gegeben auf sein Geheiß. Er wäre in Not, sprach er, und ihr, sein Geselle, wäre tot.« Der Mann erwiderte, »Ich habe anderes nicht zu sagen, als euch der Bedingnis zu erinnern, das Gut sollte keiner erhalten, wir wären denn beide zur Stelle und forderten es eines Mundes zurück. So war's zwischen uns ausgemacht und so soll's gelten. Doch wie dem nun sei, ihr schuldet mir auf alle Fälle meinen Teil. Da geriet die arme Frau in große Pein und wusste nicht mehr aus noch ein. In ihrer Not ging sie zu einem weisen Mann und klagte ihm ihr Leid und bat ihn um einen Rat, wie sie mit Glimpf aus diesem bösen Handel kommen möchte. Der weise Mann hörte sich die Geschichte an. Dann sprach er Liebe Frau, seid nur getrost und guten Mutes. Nach dem, was ich aus eurem Munde vernommen, sollt ihr nicht zu Schaden kommen bei diesem Schelmenspiel. Ich will euer Fürsprech sein und ich getraue mich, euch zu helfen. Zu dem Kaufmann aber sprach er, nachdem er seiner Rede gleichfalls angehört und seiner Schallkeit gewiss geworden, die Frau, die ihr zugegegen ist, sie leugnet nicht. Ihr ist von dir und deinem Gesellen Gut und Geld befohlen worden, das hat sie wohl behütet. Wenn ihr beide wieder kämet, so sollte sie es euch zusammen zurückgeben. Dieses Wort steht fest und alle sind gebunden, sich treu daran zu halten. Geh also hin und bringe deinen Gesellen her und zur Stunde wird sie euch alles geben, was sie euch rechtens schuldig ist. Da zog der andere Schell mit einer langen Nase ab und suchte seinen Gesellen, er hat ihn aber bis heute nicht gefunden, also ist die Frau von ihrer Sorge gekommen, durch des weisen Mannes Rat. Der Macher Geheissen geheißen. Das hatte das allerbeste Trinkwasser weit und breit und selbst im strengsten Winter setzte sich kein Eisschorf an seinem Rande an und im heißesten Sommer, wenn alle anderen Bäche vor Dürre versiegten, strömte das kühle Nass in vollem Fluss und Guss. Der Bach trieb eine Sägemühle und rieb den Bauern außerdem Roggen und Gerste zu Mehl. Die fetten Gründe zweier Bauerngüter stiessen an dies Bächlein an und ihre Eigentümer lebten eben darum in Streit und Hader miteinander, denn jeder meinte, das Bächlein gehöre ihm allein und da sie beide arge Hebrechte waren, die an ihrem Vorteil hingen wie Zwecken am Wollenpelz und beiderseits stets Gäspulver auf der Pfanne lag, so zündete des Teufels böser Funke leicht und sie bergten einander nach Kräften zu Leide und so ging es denn mit ihnen, wie es eben geht. Wenn sieben halten und der achte nicht gehen lassen will, bis sie merkten, dass wer rechtet meist mehr um Schalen, Hülsen und Klein streitet als um Kern oder Frucht. Und so wurden sie zuletzt am End rätig, ein uraltes, hageres Hudermannli als Richter anzurufen, das von Zeit zu Zeit in Wengen sich einfand. Niemand wusste, woher es kam und wer es war, aber alle Leute sagten, es wisse und könne mehr als andere. Als dies Mandli nun das nächste Mal wieder erschien, brachten die beiden Hetzköpfe ihm ihre Sache vor und baten es um des Herrgotts Willen, es solle ihnen doch markten. Das Mandli sprach, Ja, ja, schon recht, ihr Hader Belge, das ist jetzt noch keine Notsache. An jedem beliebigen Tag kann ich das nicht machen. Ich komme aber in Osttagen wieder, wenn die rechte Zeit inne ist. Als der Föhn in Gähn Stössen Tal ausfuhr und Eis und Schnee auf Fels und Fluh unter seinem heißen Atem vergingen, da warteten beide auf den Richter. Er kam aber erst mit dem Kuckuck und Schwalbe und hatte nichts bei sich als ein haselnes Zwieselstecklein. Mit dem fuhr er dreimal durch das Wasser des Riebiberchleins und rief mit einer hohen Stimme, die tönte wie der Ruf des Herrenvogels, ich für meinen Teil, ich behalte mir Leib und Seel vor. Aber ihr, ihr Sakas Hagel, ihr Muderköpf und Surimuri, euch will ich jetzt machen, das für alle Zeiten gemacht ist. Morgen noch, ehe es tagt, soll die Mach gezogen sein, sprach's und machte sich auf und fort, ehe noch wer Ja oder Bar hat sagen können. Und kein Mensch im Tal hat es seit diesem Tage je wieder gesehen. Zur Stunde aber hub das Wetter anstößig zu werden. Große, pechschwarze Wolken stauten sich an Gipfeln und Kräten und um Mitternacht brach ein ungeheures Unwetter los, wie es noch zu keines Menschen Lebtag in diesem Tal geschehen. Der Regen peitschte wie Geiselschnüre hernieder, es stürmte und ruttete und das ganze Tal fing an zu beben, zu brausen und zu rauschen von Windes und Wassers Gewalt. Ein Donnerklopf schlug in den anderen, der Widerhall rollte in den Felsen, Pfahl zuckte Blitz auf Blitz und es war ein Ruch von nasser aufgewühlter Erde, Holz und Schwefel. Die Menschen standen zitternd vor ihren Häusern und Hütten und glaubten, der jüngste Tag wäre angebrochen. Als am anderen Morgen Wind und Wasser ausgetobt hatten und die beiden Bauern wie gewohnt an dem Bächlein Wasser holen wollten, da Potz Strahlwetter und Donnerschieß da war auf alle Zeiten gemachet. Das lustige Bächlein schoss als mächtiges Wildwasser durch eine tiefe und breite Runze. Es heisst heute der Knevgraben und trennt den Weiler Schildwald vom übrigen Wengen. Das stumme Weiblein Ein Alpknecht ging am Berg und suchte eine Kuh, die sich verlaufen hatte. Da war es ihm, als bewege sich etwas unter einem Tschuppen. Er lief hin und sah nach. Da war es ein kleines verhutzeltes Weiblein. Das ist sicher ein Holzweiblein oder ein wildes Fraulei, dachte er bei sich und ging elendst weiter. Doch bald ward er inne, dass ihm das kleine Geschöpf Schritt auf Tritt folgte. Da redete er es endlich an und sagte Nun, Mutterli, wer bist du und wohin willst du? Doch das Weiblein gab ihm keine Antwort, folgte aber dem Sennen unentwegt wie ein Hündli bis zum Staffel. Da deutete es mit dem Finger zum Munde und sah bitten zu ihm auf. Da verstand der Mann, dass es Hunger habe, und erreichte ihm einen Schnöffel Brot und ein Chachali mit Milch. Das Weiblein aß, ohne zu danken oder sonst einen Laut über die Lippen zu bringen. Dann deutete es rings im Gemache umher. Die Sennen verstanden jedoch diese Sprache nicht, gaben ihm aber ein Bündel Heu, damit es sich ein Lager zurecht mache. Dann legten auch sie sich zur Ruhe. Am anderen Morgen war das Fraueli noch in der Hütte, und so gut schien es ihm zu gefallen, dass es diesen und den Tag danach auch noch da blieb. Am dritten Tage aber begannen die Sennen zu murren, weil es nur aß und nicht arbeitete. Die möchte wohl im Winter auch nur schlafen und im Sommer an Schatten liegen und am heiteren Tag in die Sterne gucken. Und sie wurden rätig, den seltsamen Gast in der Gemeinde aufs Amt zu führen, um zu erfahren, wohin er gehöre. Da aber war es mit eins verschwunden und ward nicht gesehen. Der Jäger Urli und der Rothäubler Einmal ging der alte Urli Haldi spät im Herbst oder eher früh im Winter auf die Jagd. Den ganzen Tag durchstöberte er Gräte und Gründe, aber kein Schwanz kam ihm in Schuss weiter. Die Murmerli waren schon schlafen gegangen, die Hasen hatten sich in das Tal verzogen und die Gämsen, denen er eigentlich nachging, entwichen ihm den ganzen Tag. Als der Abend dunkelte, kam der Urli todmüde und in böser Laune ins Rottal. An einem wohlbekannten Plätzlein unter einem überhängenden Felsen machte er sich ein Feuerlein an, aus seinen dürren Bengeln, die er den ganzen Tag auf dem Rücken nachgetragen hatte. Er wählte seine Geichsmilch, aß wacker dazu und rauchte dann noch ein Pfeiflein. Dann kuschelte er sich in einen Winkel hart an den Felsen an, empfahl sich in Gedanken der Obhut aller guten Geister im Rottal und schlief ein. Am anderen Morgen früh erwachte der Urli frisch und munter, trotz des Frostes. Mit dem letzten Scheitlein und den Gluten vom Abend machte er wiederum ein Feuerlein an, laute das Restlein Milch, das ihm geblieben war und aß dazu den letzten Brocken Käse. Als der Tag lauterte, kam der Urli an den Katzengraben und klomm dadurch hinauf gegen den Wildgrat zu und auf der anderen Seite hinab gegen das Seelein und von da wieder hinauf zur Wasserscheide und dann wieder hinab dem Chiffy Kennel zu. Endlich sah er am letzten Niesenhorn einen Schuppen Gämsen weiden. Müdigkeit, Hunger und Durst waren alsbald vergessen. In anderthalb Stunden hatte er sie angeschlichen und war auf Schussweite zu einer prächtigen Geist gekommen. Zielen, schießen, treffen war eins. Die Geist fiel kopfüber einen Felsen und bewegte kein Bein mehr. Beim Ausweiden lief dem Urli das Wasser im Munde zusammen, als er das saftige Fleisch sah. Als der Urli durch die Stiegeln hinaus war, um nach dem Hengstensprung und Stierendungel zu gelangen, da dämmerte es bereits und bald war's brandschwarze Nacht. Mit den Füßen spürte er, dass da hinab alles eine Eisfläche war und er getraute sich nicht hinunter. Ein Stücklein weiter rechts wusste er war ein Grachen, durch den man auch hinunter kommt. Nur ist er stotzig wie eine Wand, dafür aber gefüttert von eingeweihtem Schnee. Der Urli ließ seine Gämse vor sich her da hinunter gleiten und rutschte selber Ruck für Ruck auf den Absätzen und auf dem Hosenboden sachte nach. Ausmal entgingen dem Urli Stand und Griff und erschoss zuerst ein Stück auf dem Hosenboden und dann totz über totz durch den Grachen hinunter seiner Gämse nach. Wie er endlich wieder auf seinen Füßen stand, musste er sich zuerst ein Weilchen besinnen. Welchen Teil seines zerschlagenen Leibes er zum Sitzen, welchen zum Denken brauche. Auf den Knien tappte er nach seiner Gämse, er konnte sie aber nicht finden. Er setzte sich in eine Dohle, maßleidig und verdrossen wie seit langem nicht mehr. Daheim, die Frau, eine Stube voll Kinder und wenig Brot in der Küche und er hier in stockfinsterer Nacht mit sturmem Kopf und blutendem Hintern mit hungrigen Kutteln oben am Seebühl auf dem Stierendungel. Ja, wenn nur der Rothäubler für etwas Rechtes wäre, so käme der ihm zur Hilfe. Kaum hatte der Urli das gedacht, da kam ein blendend helles Licht vom Seebühl herauf auf ihn zu und eins, zwei, drei stand ein kleines bärtiges Männlein in einer zundfeuerroten Haube vor ihm, in der einen Hand das helle Licht, in der anderen einen groben Stecken. Was ist jetzt mit dem Urli Haldi? fragte das Männlein. Der Urli berichtete ihm, so gut er konnte, wie es ihm ergangen wäre und sagte nebenbei, er solle ihm doch zünden, damit er seine Gämse suchen könnte. Und, schloss er, was bist denn du für ein Ungeheuer? So, 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 ich ein Ungeheuer, du unverschämter Fliegel. Und damit holte er mit seinem groben Stecken aus und versetzte dem Urli einen solchen Streich auf den Kopf, dass er ohnmächtig hinstürzte. Wie der Urli wieder zu sich selber kam, war's heiter heller Tag und er lag dicht neben seiner Gämse. Kein Wunder, dass der Urli Haldi fortan auf den Rothäubler nicht eben gut zu sprechen war. Als er den Morgen auf der Flur vorbeigegangen kam, fragte ihn der Jaggi Giret, um Himmels Willen, was ist denn mit dir passiert, Urli? Du, du blutest ja und dein Hosenboden ist ja ganz zerrissen. Ja, die Hose habe ich mir am Stigel krachen zerrissen und den Kopf hat mir der Stirre Dungel Teufel zerschlagen, schnarchte der Urli bissig und ist eilig weiter heimzugegangen. Wie ein Müller um seinen Esel kam Hinter einer Weissdornhecke an der Landstrasse nach Astano lagen zwei Tagediebe in der frühen Nachmittagssonne und ruhten von ihrer Arbeit aus. Sie hatten Nüsse gebettelt in der Gegend und die schweren Säcke bis hierher gebuckelt. Da kam ein Mann des Weges. Hinter ihm her stockelte ein Esel. Er hatte ihn am Morgen auf dem Markt gekauft und führte ihn froh gemut seiner Mühle zu. Sagte der eine Landstreicher zum anderen, schau, wie die beiden im gleichen Schritt ein her trotten. Ich wollte wetten, dem Alten könnte man den Esel abhalftern und er würde es nicht merken. Ei, da gibt's was. Du nimmst den Esel und ich laufe hinter dem Alten her. Ich werde mich schon aus der Sache herausschwatzen können, antwortete der Gesell. Gesagt, getan. Sie schlichen dem Alten nach, der vom Rattern der Mühlräder etwas schwerhörig geworden war. Der eine flattierte dem Grautierchen, löste es vom Seil und führte es zurück zu den Nusssäcken. Der andere band sich die Halfter um den Hals und trottete an des Esels Stelle. Bald wurde der Landstreicher müde und verlangsamte den Schritt. Da drehte sich der Müller um, den Esel mit der Rute anzutreiben. »Bah, was zum Teufel ist denn das?« rief der Müller erstaunt. »Hab ich einen Esel gekauft und zieh einen Menschen hinter mir her?« »Guter Alter«, antwortete der Tagedieb mit salbungsvoller Stimme, »erschreckt nicht, ich will euch die Sache erklären. Sie ist wahrlich merkwürdig genug.« Da setzten sie sich auf ein Mäuerchen, das die Straße säumte und der Schelm begann. Hört, genau vor Jahr und Tag tat ich etwas Böses und lud schwere Schuld auf mich. Da hat mich Gott bestraft und in einen Esel verwandelt und soeben war die Stunde, in der ich wieder erlöst worden bin. »Behüte mich Gott vor solchem«, seufzte der Müller. »Ich habe nicht gewusst, dass es auf Erden solche Strafen gibt, aber ich bitte euch, vergebt mir, dass ich euch auf dem Markt geschlagen habe, als ihr mir nicht folgen wolltet. Darum macht euch keine Sorgen, das gehörte zu meiner Strafe, ich bin selber schuld daran. Damit trennten sich die beiden. Der Müller machte sich Gedanken versunken auf den Heimweg. Nach dem ersten Staunen über dieses göttliche Wunder stieg ein Zorn in ihm auf, weil er an diesem Esel so viel Geld verloren hatte. Der andere kehrte lachen zu seinem Gesellen zurück. Nun aber trachteten sie den Esel schnellstens loszuwerden, damit sie nicht mit den Strickreitern Unliebe Bekanntschaft machten. Darum bogen sie in den nächsten Weg ein, der in ein Nachbarsdorf führte. Unlang trafen sie ein Bäuerlein, das vom Feld heimkehrte. Im Plaudern trugen sie ihm den Esel für wenig Geld an. Das Bäuerlein witterte einen guten Handel und schlug ein. Hinter des Bauern Scheune teilten sie den Erlös. Nun aber machten sich die beiden Diebe eiligst aus dem Staub mit dem festen Vorsatz, wenn sich wieder eine solche Gelegenheit biete, munter zuzupacken. Der Bauer aber verkaufte den Esel andern tags einem vorbeifahrenden Händler und gewann ein schönes Sümmchen. Etwa zwei Wochen danach machte sich der Müller wieder auf den Weg, um auf dem Markt des Nachbarstädtchens einen Esel zu erstehen, denn er hatte einen nötig, um die Säcke zu tragen. Als als er die angebotenen Tiere beschaute beim Eid, da stand ein Esel, der dem, den er in Astano drüben gekauft hatte, glich auf Tupf und Strich. Er näherte sich dem Tier, untersuchte es von allen Seiten und erkannte, dass es dasselbe war, dass er vor kurzem erstanden und dass ihm auf so merkwürdige Weise abhandengekommen war. Er tätschelte den Esel, beugte sich zu ihm und tuschelte ihm ins Ohr. Oh, hast du wieder eine große Sünde begangen, dass du schon wieder hier bist? Das Grautierchen, nicht gewohnt, dass man ihm ins Ohr flüsterte, schüttelte heftig den Kopf, weil es gekitzelt hatte. Aber der Müller sagte zu ihm, ei, 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 du musst jetzt nicht den Kopf schütteln und Nein sagen, denn schau, ich kenne dich, aber ein zweites Mal lasse ich mich nicht erwischen, sprach's und kaufte einen anderen esel und